Hallo und herzlich willkommen zurück zu Soma. Wir suchen den Zeppelin. Und zwar sollte der irgendwo in Richtung... Oh, hier ist dieser Funkturm. Also laut dieser Beschreibung sollte er direkt in diese Richtung liegen. Funk? Nein. Antenne? Genau, also wir stehen hier. Der Zeppelin sollte irgendwo in die Richtung liegen. An der Küste direkt. Weiß ich, ob wir vielleicht schon dran vorbeigelaufen sind. Aber auf jeden Fall ist mir eben nichts aufgefallen. Also, schauen wir nochmal. Wir haben hier auch unseren kleinen Kumpel. Kate haben wir ihn getauft. Oder sie. Und er begleitet uns und wagt uns verschiedene Türen auf, was ich sehr nett finde. Weil ohne Hilfe würde ich sehr viele Türen nicht aufkriegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in Zeppelin ist. Sieht eigentlich nicht so aus. Hallo. Hey, hey, hey. Nääääh. Damit können wir eindeutig nichts anfangen, würde ich mal so sagen. Tumpel, weißt du, wo es lang geht? Noch nicht, ne? Hm. Tup, 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 tup. Okay. Kommen wir nicht drauf. Hier unten geht es steil bergab. Oh, oh. Nicht runterfallen. Ich weiß nicht, ob wir da eventuell hin müssen. Na? Na, was sagst du? Ähm. Egal, mehr als sterben können wir nicht, ne? Weiß ich nicht, ob sich das jetzt gut anhört, oder nicht? Ähm. Hallo? Spiel? Ah. Hallo? Okay, war falsch. War falsch. War falsch. Oh. Ja, okay. Wird ja sein können, man weiß ja nie. Okay, würde ich sagen, dann laufen wir mal kurz eben die Küste hier entlang. Also, irgendwas, liebe, sehe ich ganz gewaltig. Kein Schimmer. Oh. Ab, ab, ab. Waren wir hier schon? Das kommt mir jetzt aber eher unbekannt vor. Nein, doch. Hier waren wir schon? Weiß ich gerade echt nicht, ob wir hier schon waren. Sieht auch mal alles so gleich aus. Hallo? Ähm. Hey, hey. Okay. Ist scheinbar keine Treppe, die wir nehmen könnten. Ähm. Oh, doch, hier waren wir doch überall schon. Ist. Jetzt muss ich gleich mal schauen, ob wir irgendwo eine Karte haben, wo wir drauf gucken können. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, ne? Aber ich hoffe es immer wieder. Das schaffe ich wirklich immer wieder. Hier war doch eine Karte drin, oder? Ich meine, hier war die Karte. Karte hier. Die Karte ist an. Ja, da war die Landingplattform. Da standen wir ja auch schon drauf. Das ist nur die Sache, wo wir jetzt hin müssen. Ich check's gerade nicht. Wir müssen... Tschüss. So. Vielleicht hätte ich mich vorher schlau machen sollen, damit ich euch jetzt nicht so langweile. Aber das mache ich eigentlich echt ungern, weil ich es auch selber herausfinden möchte. Aber... Ja. Das ist die falsche Richtung. So. So. Hier dann. Uh. Uh. Ich muss sagen, es macht aber Spaß, um was herumzulaufen. Hm. War ich hier schon drin? Okay. Da waren wir schon drin. Ja, hier haben wir das... Ein Punkt... Eine... Linkverbindung hergestellt. Okay. Okay. Okay, die beiden scheinen reden zu können. Ah, weil du alleine bist. Rumpel. Danke. Ja. Ja. Zu schnell. Ich müsste auch genutzt, jetzt hier alle durchzusuchen, aber... Es kommen sonst gerade nicht weiter. Gut. 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 Ups. Gut. Sichtkratzen in der Zwischenzeit. Okay. Gut. Gut. Weiß ich denn noch, wo die ungefähr waren? Wir hatten ja... Drei Zeppline hier in der Umgebung. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü... Ja, und jetzt? Ich verstehe es nicht. Die vier neuen Didi, die wir haben wollen? Hey, Koppel. Ja, ich weiß nicht, was er redet. Ähm, da vorne war der eigene Computer. Ups, zurück. 840 hätten wir gern. Und zwar in diese Richtung. Entschuldigung. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt geschafft habe, aber... Oh, Zeppelin, wo bist du? Da! Yes. Eindeutig. Okay. Okay, komm. Achso, die Klappen auf, wir wollen rein. Okay, okay. 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 Yes. Oh! Nein! Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omnitool? Look who's been paying attention. I have to deal with that back at Epsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll guess the chip. Oh. Junge, not from you. What's that? Okay, okay. Kann ich das denn jetzt bedienen? Okay. Versuchen wir mal den einen Robot her, der ganz zufrieden seine Arbeit macht. Boah, sind wir scheiße. Das gibt's doch nicht. Oh, sorry. Ja, das ist doch echt. Da vorne. Oh nein. Oh. Kumpel. Kumpel. Ah, das ist aber sehr gemein. Hallo? Achso, okay. Ähm, die können wir nicht mitnehmen? Können wir die mitnehmen? Nein, können wir nicht, okay. Okay, das ist nicht extra gewesen. Ich hoffe, magst du uns noch? Oh, ich glaube, sie hat jetzt Angst vor uns. Es ist doch scheiße. Wir sind zwar auch nur Roboter, also nur, aber... Ah! Ja, well, I'm sure it's fun. Didn't we cover this already? Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Oh, what is this for a shit? Kate! Oh, no. Oh, is this shit. Oh, that makes me really really sad now. Oh, that was so sweet! Oh, no. Oh, no. Cheers, Kate. Zeppelin unter Wasser, das ist schon ganz schön merkwürdig. Ich meine, dass das überhaupt geht, dass die Sachen hier nicht runtergespült werden von dem Wasser-Dings da, ist schon. Das ist gut. Ich meine, ich mache sounds. Ich sage immer Dinge. Du bist sicher. Okay. Du bist sicher. Dein Neu-Body hat wahrscheinlich die Szenen ähnliches zu den du hast als Mensch. Und dein Geist, nur zu wissen, eine Art zu verstehen, die Welt, superimposiert diese Szenen aufzunehmen. Also, mein Geist ist aufzunehmen, prüfen, dass nichts anderes ist. Wenn es nicht so ist, dann wäre es sicherlich nicht möglich mit dem Weltkrieg. Und der Stress würde dich weder töten, oder machen dich verrückt. Das ist eine gute Balance zwischen Bewusstsein und Ignoranz. Ich meine, ich sollte nicht denken über diese Sachen. Oder sind meine Gedanken tatsächlich mich cool? Können ich die Balance, indem ich plötzlich zu gewinnen und verrückt? Ich würde mich nicht überraschen. Ich würde mich nicht überraschen. Ich meine, wir haben reale Dinge zu tun. Saving Mankind. Wissen Sie? Wissen Sie? Speaking of which. Wir befinden uns auf Theta. Ich werde die Alna-Tool. Wie immer, nicht vergessen. Ich habe mich mit dir. Kath, bevor du gehst, die Artificial Intelligence, die du erwähnt, in der Eskening Vessel? Ja. Die Warden Unit? Die WoW. Ist das die WoW's fault, dass wir so sind? Ich meine, es scheint, wie ein Unreliable AI zu machen. Ich denke, es set die Ball in motion, aber es ist nicht direkt mit dem Grund. Es ist wirklich kompliziert, um zu erklären, wie die Maschinen denken, Simon. Konzentriere dich auf die Maschine, okay? Bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich darüber denken soll, dass wir eine Maschine sind. Also, ich würde jetzt mal so ganz aus meiner Situation hier als Mensch heraus sagen, dass mich das, glaube ich, so sehr stören würde. Aber das ist, glaube ich, einfacher gesagt, als getan, wenn man einfach nicht in der Position ist. Also... Ja. Gut, dann schauen wir uns jetzt hier mal um, würde ich sagen. Ist da gerade ein Schatten von einem Fisch? Wo sind die? Ah, da. Hallo. Na? 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 Oookay... Hancen. Es ist, weiß ich, ich hab echt irgendwie... Okay, kaputt. Kaputt, kaputt. Ich hab's hier rechts noch was, was wir uns anschauen könnten. Bitte. Hallo, Meerespflanzen. Irgendwie bin ich gedenklich immer noch dabei, wie es wäre, als Roboter rumzulaufen. Das ist echt irgendwie... Echt eine Sache, die man sich, glaube ich, auch gar nicht reinfühlen kann. Ja, ja. Aber wir auch. Ich glaub, dass das bei uns mal um und so weit ist. Das dauert noch ganz lange, dann sind wir schon gar nicht mehr da. So, gut. Dann haben wir jetzt eher so durchsetzt, hier mal reinzugehen. Ich wünschte, ich hätte unseren kleinen Kumpel mit. Der war so süß. Ach, da haben wir eben... Okay. Da waren wir gerade schon. Okay. Wir sagen, auf nach... Data. Nein, Simon. Nein, wir haben noch nicht mehr gesehen. Wir haben noch nicht mehr gesehen. Ist das hart? Ich glaube, wir sind sicher. Oh, ich war so worried, dass etwas falsch ist. Was ist dein Name? Robin Bass. Theta Field Service Technikian. Schön, du kennst dich, Robin. Wie kamst du hier? Ich habe dann, wie die anderen. Und dann... Ich habe mich zu töten. At least, ich glaube so. Ich kann nicht so erinnern. Wie funktioniert das? Hat die Dine dich in die Arche gebracht? Wow. Du bist definitiv nicht von Theta. Ich denke, Omicom? Wasn't sicher, Catherine wird be able to scan you guys. Du bist glücklich. Da war viel talk über das hier in Theta. Die Idee ist, wenn du in die Arche aktiviert bist, da sind zwei von dir, richtig? Ein Mensch, ein Leben in die Arche. Du willst dein Koffer zu übernehmen. Du selbst willst du auf der Arche zu übernehmen. Wenn der Mensch stirbt bevor der Scan ist initiiert, oder später, du selbst wird in die Arche. Amazing, right? Hat Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? Nein. Ich glaube, du verstehst. Sie hat nur die Arche gemacht und in die Arche gebracht. Ich hoffe, ich werde sie bald treffen, so ich kann entschuldigen. Sie hat immer wieder Probleme mit Strahlmeyer und sich selbst verletzt. Ich glaube, sie ist okay mit dem. Wo ist alle? Ich glaube, es gibt 40 oder 50 Leute hier. Ich weiß nicht. Ich weiß, ob ich Sie sehen. Robin. Ich bin nicht sicher, wie ich sage das. Oh, das tut mir so leid. Ich würde ihn gerne mitnehmen. Kann ich dich nicht auch noch auf meinem Chip speichern? Ich kann die doch nicht alle hier zurücklassen. Das ist doch so scheiße. Nein, ich tötte hier keinen. Ich kann nicht. Das ist so gemein, das Spiel. Das ist echt... ...wirklich so gemein. Also... ...ühm... ...yaa? Jaa? 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ach, du heilige Crew. Ich bin immer so geflächternd im Spiel. Es kommt immer noch irgendwie was Größeres, was Krasseres. Okay. Schwenk, schwenk, schwenk. Wer hat das gesagt? Oh, Wasser. Okay. Wer redet da? Okay. Ich würde mal sagen, herzlich willkommen in Delta. Ah, Ceta. Ceta? Ach, das ist so... An den Delta waren wir ja gerade eben. Oh, der? Oh, oh. Auf jeden Fall so aus, als wären wir hier nicht unbedingt alleine. Ich meine, ich möchte auch nicht alleine sein, aber ich möchte schon gerne mit Freunden zusammen sein. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite gucken. Okay. Springen kann der einen natürlich nicht gut. Okay. Schwenk, schwenk. Oh. Was? Warum habe ich denn... Da habe ich da nicht rein. Was ist auch hier auf dem Boden? Diese Störungsdinger. Ja, ich würde sagen, definitiv sind wir hier nicht alleine. Okay. Okay. Ich würde sagen, rein hier. Rein hier. Ja. Okay. Dann kann ich hier die Seiten abchecken. Oh, aufs Klo. Klo, Klo, Klo. Klo, Klo. Nein. Okay. Hier ist nichts, was uns was bringen könnte. Okay. Dann gehen wir mal an einen Computer. Äh, und? Hey, Catherine. Was er hier? Wir sind hier. Okay, great. Time to hijack ourselves as Submarine. There will be nothing stopping us when we have the dumb bat. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the Abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the Abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Au, au, au. Ich piff euch das Schlimmes. What's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself. Yes, attached to a probe fueled by solar panels that could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity. It's, it's... Heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. It's true. It's... It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Ja, ähm... Aber ich würde sagen, dass... Verwarmen wir uns vor bis... Äh... Fürs nächste Mal. Kleiner Verhaspler kurz vor Ende. Ah, gut. Dann, ähm... Ja, dranbleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja, meUri Вид. Ja, du Ärger.